Mit dem 15. April endet die situative Winterreifenpflicht. Das heißt, man kann getrost seine Sommerreifen wieder montieren, vorausgesetzt, dass Wetter passt. Um dann auch den richtigen Reifen zu montieren und niemals falsch zu liegen, gibt es die einfache 4x4x4-Regel. Im Gespräch mit uns Roland Frisch, Chefinstruktor für PKW-Trainings. Achten Sie zu Ihrer eigenen Sicherheit neben den gesetzlichen Vorgaben immer darauf, die passenden Reifen montiert zu haben. Winterreifen bieten Ihnen bis zu einer Temperatur von ca. 7 Grad Vorteile, haben aber bei Temperaturen darüber Nachteile. Nun zur angesprochenen 4x4x4-Regel. Diese soll Sie daran erinnern, dass immer vier gleiche Reifen mit mindestens 4 mm Profiltiefe, die allesamt nicht älter als vier Jahre sind, zum Einsatz kommen. Mein persönlicher Tipp, der ÖAMTC Reifentest bietet eine gute Orientierung vor dem Reifenkauf. Bei unseren ÖAMTC Fahrtechniktrainings haben Sie die Möglichkeit, mit dem eigenen Fahrzeug Extremsituationen gefahrlos zu erleben und erhalten wertvolle Tipps von unseren Instruktoren, diese Situation schon im Vorfeld zu erkennen und so zu vermeiden. Buchen Sie das Dynamiktraining, das bietet Ihnen dazu alle Möglichkeiten. Erlebnis Fahrtechnik Die ÖAMTC Fahrtechnikzentren Neunmal in Österreich Logistens asteroid Die ÖAM inc. Vielen Dank.